Ja, gut. Oh, Riff! Guck mal, wer es erobert hat! Wir halten wieder die... Oh, Riff! Nein, zu früh gezündet! Ja, der hat noch nicht mal damage genommen. Aber irgendwann habe ich Zielverteidigung-Punkte bekommen. Dann habe ich jetzt die Handgranate noch geworfen. Und ein... Ich glaube, wo du sagst... Irgendwie war draufgelaufen. Dass jemand irgendwie draufgelaufen ist und du einfach noch draufstammst. Das sind die Käpt'n Kontext auch, glaube ich, als Verteidigung. Also... Ja, die Max ist jetzt bei uns drin. Alter, jetzt mache ich richtig fett! Oh, die Max ist erst noch bei uns drin. Aber die ist Bobby-haft. Und ich habe kein C4 mehr, ich krieg sie nicht down. Fack! Wiederschön mit einem Kombi geholt. Gut, das ist gut für dich. Und ich habe ja 3.000 Punkte gemacht. Das ist gut für meinen Level 100er One. Ja, One ist gut. Soll ich eine MP-Granate rausziehen? Ja, glaub, jetzt kannst du gerade noch sparen. Momentan ist ja nichts los drin. Ich bin mal wieder so dumm. Du lebst noch, sei froh. Ich setze die Spawn-Beacon, wenn ich hochkomme. Natürlich komme ich nicht hoch. Direkt aufs Dach. Oder? Ich habe mir die eigene MP verpasst, also ich bin auch nicht unbedingt besser. Ich setze die ganze oben drauf, da kommt keiner hin. Ich setze sie auf den Turm, weißt du, wo über dem Dach ist. Auf dem Turm oben drauf, mit der Leichte. So hoch wie ich komme. Du das? Ein bisschen kannst du dich setzen. Moment, Moment, Moment. Wo kann ich sie? Äh, ja. Jetzt. Okay, ich will Gott gehalten. So ist. Dann machen wir weiter, ne? Dabei haben wir, da brennen wir noch in der Hand gleich. Gerade. Ziel verteidigt. Ich habe schon wieder Punkte gekriegt. Ich, 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 ich hätte die schwere bekommen. Ich habe der zwei Headshots regezogen, aber die hat sich da ihre Scheißschild eingemacht, ey. So, das. Ich muss jetzt, glaube ich, auch mein Incheer als nächstes nehmen mit, äh, mit der Mana. Äh, mit Mana mit dem Vulkan. Heißt ja, Vulkan. Ja, mit dem Gatling-Geschütz. Sieht aus wie ein Vulkan-Geschütz. Vulkan. Nicht Vulkan. Vulkan heißt das nicht, ey. Vulkan ist das Dingwaffe. Die TR-Waffe. Achso. Ich habe doch gewusst. Irgendwas heißt Vulkan. Fuck. Da oben ist jetzt einer auf dem Dach. Und da sitzt auch einer auf dem Dach. Jetzt sitzt sie nicht mehr auf dem Dach. Ich zippe auch nicht mehr da. Tausende. Oh Gott. Oh, da kommt ja schon mal in Sunny. Pfff. Nix mit C4 hier mich killen wollen, du, äh. Vorsicht, zu 4. Nein. Ach man, ich rette da hier rein. Oh, Alter. Da stehen 2, 4, 2, 4, 6 Sunny stehen von uns da hinten. Echt? Oh ja, genau. Und alle um dein Sunny rum. Du machst die Punkte, oder? Du musst wieder fett Punkte machen gerade. Ja. Aber wir haben auch viele, viele geile Sunnys. Das finde ich echt lobenswert für euch, dass ihr uns hier so richtig geil unterstützt. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass sie uns Sunnys überall so hin folgen und helfen. Pfff. Nicht mich töten. Nicht mich töten. Nicht mich töten. Ja, gut. Ohre. Guck mal, wer es erobert hat. Wir halten wieder die Ohreflacke hier auf. Ich sage mir hoch. Oh, was? Oh, was? Das ist unser Name in all der Munde ist. Ein Wunder. Ja. Ähm. Zurück zum Sunny. Nächster Punkt, ne? Ja. Und der wird auch schon gecaptured. Ich muss, glaube ich, mal mit Dark reden, ob ich da so ein kleines, äh, Video oder so mache, immer für die Ohre für irgendwas episches mal mache. Ja, so ein Teammatch oder sowas. Ja, ne, ich sage, ähm, so, ne, er wollte ja auch mal ein Video haben, deswegen. Wie meinst du, Video? Ein Video, ein Intro, ein... Er hat so gesagt, die von, äh, Wett Oktober, glaube ich, war es, die haben so ein cooles Kandal, ein Outfit-Video, äh, von sich halt so, Video halt so, effisches. So, ja. Das würde er ja auch haben. Wenn ich die Zeit habe, kann ich nicht mehr... Ich würde sagen, komm lieber schnell rein, wir vorher noch. Äh, kein Platz mehr. Ja, egal. Fahr los. Äh, da kommt noch eine Max, die nimmt man noch schnell mit. Ja, was ist man auch hier? Auf drei Stück, komm rein, dann auch ab geht's. Max, der Spy, und noch jemand hab, komm rein kleiner. Ja, ich schwöre, wenn du nicht willst, ja, okay. Ne, der nimmt sein Flash. Und jetzt nicht, am besten nicht töten. Uns alle. Ja. Was hier unten ist jetzt? Naja, Sandi stirbt nicht so schnell. Naja, Sandi stirbt nicht so schnell. In dieser Seite sitzt Platz das schon abgelehnt. Da wird's mit rein kleiner. Ich glaube, wie soll er mitkommt. Fahr drüber. Ja, er ist drin, Toro 2, auf Platz 6. Der damit? Das sieht auf Chaos. Fahr vor, das müssen wir ja gleich da. Aber bleibt mal hier in der Nähe, die Sandis brauchen hier ein bisschen Hilfe. Oder sind das Reparatur-Sandis? Na, das eigene Sandis sein. Schauen wir mal unten in die Base rein, schauen wir, ob's da mal los ist. Da haben sich die INI Elite mal einen geilen Sandi hingestellt beim Weltsmash-Ding, wie das auch immer hieß. Beim Match oder was? Ja, das ist eine Spiel, da wo es da mal gab, da die Weltmeisterschaft. Äh, wir haben Sandi unten drin, wir haben einen Sandi unten drin, was ein Wunder. Ja, und ich habe gleich eine positive... Oh, ich habe eine 1er KD jetzt endlich mal, nach fast einer Stunde Aufnahme. Warte, ich zue dich jetzt mal da so hinstellen. Da kannst du mal unten genau in spawnen rein, in irgendeinem ist das Teil rein, vorher. Ja, ich bin schon draußen, ich bin, ich habe den Sandi verteidigt, da war eine schwere, hat auch dann Sandi geschossen. Ja, weil hier ist jetzt bei mir innen drin, deswegen. Ja, gut, da ist auch okay. Sag, da ist Orif, Orif, ein Hoch auf Ohre. Ja, klappt die, die klappt die Bars kriegen wir auch ohne Probleme. Naja, wenn wir so einen Sandi davor stehen haben, ich glaube nicht, dass ich da sich so relativ einmischen könne. Ja, nö, die kommen ja nicht mal richtig raus aus dem Häuschen hier. Nicht. Und wir haben ja noch Luft. Nein, nicht Luft, aber irgendwas schießt von oben runter. Ja. Das haben sie auch schon aufgegeben, die Station. Bindenaktivität. Oh, da drüben ist was explodiert. Das war, glaube ich, auch ein Sandi. 1,4. Alter, sehr gut, die haben hier keine Chance. Also das, die haben schon aufgegeben, die Station verteidigt. Oh, aber der killt mich noch ein. Gerade sage ich, gerade sage ich, dass wir hier gute Chancen haben. Oben haben wir bei, den haben wir es ja nicht durchgeschafft, bei Rot, aber hier wird. Aber die kämpfen immer noch. Also wir sind da immer noch bei Money Fortress. Also sie haben es nicht aufgegeben, unsere. Ja. Dass unsere das nicht aufgegeben haben. Aber auf jeden Fall, hier sind wir auf jeden Fall. Da schaffen wir es bis zum Bier, oder wo mindestens noch in der Folge. Ja, eine 10 Minuten noch. Das schaffen wir noch. Na, so. Ähm, was sagt mein Handy? Wir nehmen wir gerade eh ein bisschen chillen hier müssen. Wir können ja auch ein bisschen mehr, wenn es gerade läuft dann. Das Biolab nehmen wir noch mit. Ja, bis dahin machen wir es bestimmt noch. Das Biolab. Wenn ich halt noch auf Screen. Ja, eben. Da warten wir mal ganz kurz auf die Leute hier noch, bis sie dann einsteigen. Ähm, siehst du gerade einen TS rein? Ja, kann ich. Oh, oh, was auf, äh, äh, C4. Er ist weg, er ist weg, er ist weg, war ein Stück vor. Oder hat er schon gezündet? Ah, hat schon gezündet. Ja, was ist so, was soll ich schauen? Oh, wer ist denn noch online so? Tag ist im AFK-Raum, sonst keiner. Also, okay, dann bleiben wir hier dann. Iduras hat uns geheilt. Oh, da kommt schon wieder einer mit C4. Hey, komm, der Bulldoktor nicht hin. Ja, ist weg. Gött, komm, komm. Will noch jemand einsteigen? Ich warte, ich lach wieder, wir waren hier voll. Ja, genau. Wir sind ja unser, äh, also Hehe und ich sind ja, ähm, ähm, Bulldok. Euer Christian Drick funk. Untertitelung des ZDF, 2020